So, mal wieder ein Team-Match-Bilanz in der Session. Jetzt ausseglichen, ein Sieg, eine Niederlage. Aber zumindest bisher nichts, wie man sagen müsste, total Schlesse gespielt. Klar, das Gegenpolz... Oh, fuck! Okay, ich revidiere. Jetzt kann ich sein, total Schlesse gespielt. Oh, Mann. Ist das schlecht gewesen. Wow! Ich glaube, ich habe Dwario eben noch schön irritiert, ne? Kacke, Alter. Alter. Das läuft ja richtig geil. Das läuft ja richtig geil. Und wir haben beide noch null Punkte. Jetzt nicht mehr. Ah, schade. Oh, nee. Oh, gut. Gut. Oh, ich sammle keinen Boost, ey. Was ist denn das? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, da war der Boost aber auch alle. Na, schade, du. Na, scheiße, Mann. Pust, puh, 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 puh. Pust. Nein. Ich war noch Tanne. Ah. Nein, nein. Oh, das war schlecht. Das war richtig schlecht. Das war schlecht. Das war schlecht. Ah, kacke. Dachte, er kommt mit. Schön. Jo. Kacke. Oh, die Säcke, das machen die echt gut, ey. Oh, Mann. Hey, 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 hey. Wird uns am Ende aber wahrscheinlich nicht viel bringen hier. Die Taktik sind echt nicht verkehrt. Nein. Schön, aber er kommt noch Bahn. Uh, das war aber auch knapp, du. Ah, scheiße, Mann. Nein. Nein. Nein! 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 Ach, fick dich doch. Oh ja. Scheiße, Mann. Ach. Kacke. Aber verdient verloren, die waren gut. Wir müssen aufpassen, dass wir gleich wieder absteigen hier. Nein. Was weiß, ob wir noch nicht mehr noch weiterkommen machen wollen. Das war nicht so gut Das war noch schlechter Und meins war auch kacke Das war ja top Und diesmal habe ich hier Ah, dass der angeflogen kommt Der Arsch wird mich noch wegballern Wie ich das liebe, ey Oh, der kommt gut, der kommt gut Ah Nein Und eben wollte er mich, glaube ich, auch zerstören Schön, schön Ech, post Ah ja, war ein Versuch wert. Ah, wieder den Boost nicht eingesammelt. Das wäre jetzt aber auch ein verdientes Gegentor gewesen. Oh nein, oh nein, was mach ich, was mach ich? Kacke, Mann. Oh nein, was mach ich? Nein. Nein. Oh. Nein. Ein Glück. Puh, hier hat uns wohl auch mehr Glück als er stammt. Hm, nicht so gut. Ich glaube, das war ich jetzt. So. Wird er zerstört? Hm, Glückwunsch. Hm. Oh, schön. Weiterverarbeitet. Nice. Komm schon. Oh. Oh. Hm, schade. Oh, da wäre ich nicht mehr reingekommen. Oh, da wäre ich nicht mehr reingekommen. Da wäre ich so das Gefühl. Yeah. Sieg, sieg, sieg. Und hier geht es dann in der nächsten Folge wieder bei der Spitze. Ich bedanke mich. Bis denn.